Ich bringe ihn uns EP. Ich hab 53 bekommen. Wieso bekommst du da dauernd so viel mehr EP als ich? Auch wenn wir beide Parallel... Lass mich mal kämpfen! Ich bekomme trotzdem mehr EP als du, weil ich nämlich Sachen ausgerüstet habe, die mir mehr EP verschaffen. Achso. Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Bam! Jute Handschuhe! Na das sind ja jute Handschuhe, die du da bekommen hast. Stirb! Alle umbringen. Ich hab hier ein Eisenbindenhänder, aber nee, kannst ja nichts anfangen, ich sag Level 10. Kannst du mir da ne Scheiße an? Fassbar! Stirb! Mir auch leid. Oha! Zack, 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 zack! Bam, bam, bam! Nice! Wo müssen wir jetzt eigentlich die Sachen sammeln? Da hinten ist was! Was ist denn du? Ja, wer bist denn du? Brief! Geduldet euch! Einen Beweis haben wir! Ja, das ist ja nicht. Woh! 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 Woh- W when the Woh! 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 haben die dafür sorgen dass die agro auf mich bleibt wir laufen hier so durch und rotzen alles weg so muss das so und nicht anders erwartet das ja so jetzt machen findet marschen dann tötet ihn reißen den kopf ab oder ihr ihr könnt jetzt in euren fertig ist hier eine ultimative fähigkeit ausrüsten da ist sie glaube ich gleich jetzt die karte wo es die karte von von unserer märz ja textlos aber ziemlich schlechte die ganz viel mit meinem Texte auch immer schlecht nein wir dürfen in dem reichen nicht verlassen warum nicht siehst du doch hier du siehst auch wenn du die map auf so einen kreis wir müssen hier irgendjemand zur rede stellen tim wie soll man denn da runter kommen indem wir da drüber rum gehen achso ja du bist nicht hinnehmbar ich habe die flach gelegt ich habe die flach gelegt jungen beim eisenschwert der flamme es ist einhändig ich muss feuerschaden machen scheiß auf eis gewürzmärz gewürzmärz ok guck dir mein schwert an oh yeah warte mal nochmal es leuchtet ja und dann geht so aus und ich weiß nicht genau warum jetzt ja da hätte auch so lange bei dir nein du hast aber dein spiel auf der hdd ich habe meinst auf der ssd so jetzt sind die beweis wir haben diese drei erwischt als sie sich davon machen wollten ihr hättet ihre gesichter sehen sollen es ist sehr riskant die mächtigsten landbesitzer von suran festzunehmen ich hoffe ihr habt die ich will hier zwei fertigkeitspunkte haben wo ist marshal helaren sie hat widerstand geleistet was ich hatte da so ein gefühl dass es so kommen könnte helaren hat allzu gern andere leute ins gefängnis gesteckt aber selbst gehen da schlotterten ihr die knie es ist eine schande dass sie wohl keine zelle mehr von innen sehen wird aber diese drei werden das schon zumindest für eine weile da helaren tot ist geht die befehlsgewalt an den ältesten offizier über bis auf weiteres ist es nun okay ich muss sich mal was fragen was ist besser ich werde konstabler auf die plantagen schicken um die sklaven zu befreien in der zwischenzeit muss ich diese beweise zum haus redoran bringen oh mela nun ich habe mir die beweise genau angeschaut soweit ich das urteilen kann war das alles nur ein großes missverständnis renn und ich haben ihn freigelassen bevor wir auf er wird jetzt sicher seine wunden in der stadt auskuriert dort findet ihr ihr solltet mit ihm sprechen so jetzt entweder ich kann nachher auswählen dass ich mich und meinen verbündeten für acht sekunden 750 leben heile oder mich oder eines verbündeten zehn sekunden für insgesamt 11.000 teile das erste ach so weil du verbindet haben ist okay ich will wieder so aus wie vorher wie lege ich denn mein komisches outfit jetzt ab da ich würde ja mal sagen dass wir ein kleines kapp machen dann machen wir auf jeden fall später mal weiter rocken weil das klasse wieder barbarm du und ich seite an seite so machen wir das wir müssen einen tanz aufhören wir springen und drehen uns auf der stelle dreht sich nicht so leute weiß ich genau wann der nächste stream genau hoch geht ich werde die videos zurechtschneiden alle zehn minuten ein paar täglich hochladen und ich hoffe das liegt aber hauptsächlich an tim nicht an mir dass wir dann auch zeitnah genügend neue zehn minuten videos erstellen können also ne seid schön brav kommentiert die videos schreibt bitte bitte nimm dir zeit von mir ist nicht so wichtig er wird sagen kein problem also tim wird sagen kein problem das ist ja natürlich gut reingehauen